Ein kostenloses T-Shirt, neue Rabatte und Doppel-Geld-Doppel-DP-Mission und vieles mehr. Das gibt es in der aktuellen Eventwoche von GTA Online. Bleibt somit auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Hier auf Judex. Schön, dass du eingestellt hast. Wie immer geht es auch heute an diesem wunderschönen Donnerstag mal um die neue Eventwoche in GTA Online. Direkt vorneweg, was komplett Neues, ein neues Auto oder neue Missionen oder sowas, haben wir heute leider nicht bekommen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns den Rest der Eventwoche erstmal zusammen an. Zunächst einmal, sie geht bis zum 9. März und hat folgende Bonis zu bieten. Zunächst einmal gibt es Doppel-Geld und Doppel-DP auf alle Security-Contracts und auf den Dr. Dre VIP-Contract bzw. auf die Data-Leaks für jetzt 2 Millionen GTA-Dollar. Außerdem gibt es 1,5-fach Geld auf alle Telefonattentate. Und wenn wir uns einfach einmal in GTA Online einloggen diese Woche, gibt es noch das weiße West Coast Classics DJ Poo T-Shirt. Ansonsten steht auf dem Podium aktuell der Omnis EGT. Als Preisfahrzeug haben wir aktuell den Omnis. Um den zu bekommen, müsst ihr einfach 3 Tage in Folge in die Top 3 in Verfolgungsrennen kommen. Und im Luxury-Showroom haben wir den Locust und in den Morgon bzw. bei Simeon haben wir eben den Viserys, den Ellie, den Italy GTB, den Comed Safari und den 770. Im weiteren haben wir natürlich auch neue Rabatte in GTA Online. Und zwar gibt es erstmal 40% Rabatt auf die ganzen Agencies inklusive Renovierungen. Sowie 40% Rabatt auf den Ellie für jetzt knapp 254.000 bzw. 340.000. Den Futo GTX für jetzt 700.000 bzw. 950.000. Den Jester Classic für jetzt knapp 500.000. Den Viserys für 525.000. Sowie 30% Rabatt auf den Locust für jetzt 1,1 Millionen. Und den Petrat Millsback für jetzt knapp 900.000 bzw. 1,2 Millionen. Die aktuellen täglich wechselnden Locations von den Drogendealern und auch vom Waffen-Van seht ihr ja gerade eingeblendet. Der Waffen-Van ist beim Winewood-Schriftzug. Und dann haben wir noch die beiden Drogendealer in der Stadt bzw. einen, ja so ungefähr in der Mitte der Map. Also falls ihr da irgendwie Drogen verkaufen wollt oder eben auch neue Waffen kaufen möchtet, hier sind die entsprechenden Locations. Insgesamt muss ich sagen, ist die Eventwoche etwas enttäuschend, dass wir die Agencies haben auf Rabatt. Mit 40% ist natürlich eine ordentliche Sache, denn die Agencies sind wirklich, wirklich cool. Ich persönlich habe das The Contract Update wirklich sehr gefeiert, weil man einfach Trophäen in seine Agency reinpacken kann. Und weil man da einfach sehr abwechslungsreiche Jobs hat. Mit den Telefonarten, erst recht jetzt mit eineinhalbfach Geld, könnt ihr unglaublich viel Geld machen. Die dauern ein bis zwei, manchmal drei Minuten, dafür dann einfach knapp 100.000 zu bekommen. Beziehungsweise jetzt einen Ticken weniger, aber sagen wir mal so 80.000 oder so. Das ist schon wirklich ein Batzen. Also insofern, das ist auf jeden Fall eine Methode, sehr, sehr gut an Geld in GTA Online ranzukommen. Was mich ein bisschen wundert ist, dass es jetzt schon die zweite Woche in Folge ist, wo wir nichts Neues in GTA Online bekommen haben. Weder ein Auto noch neue Mission. Dabei haben wir ja im Coding noch einiges. Wir haben noch die Last Dose Missionen. Wir haben noch zwei Autos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir haben auch noch dieses Open Lobby Event namens Convoy. Und ich frage mich halt einfach, wann der ganze Spaß denn noch kommen soll, wenn man jetzt immer hier zwei Wochen wartet und Rockstar Games den Content maximal streckt. Aber was sagst du zu dem Ganzen? Sagst du, ey, es ist ein Ort, wo das Rockstar Games zwei Wochen mal nichts bringt? Oder sagst du, ey, also wenigstens alle zwei Wochen sollte schon was kommen? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann war es das jetzt auch schon wieder mit dem neuen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, teile es auf jeden Fall mit all deinen Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter und so weiter und so fort. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord. Und ja, dann sehe ich euch im nächsten Video bzw. Livestream. Ich gehe jetzt wieder ins Bett, weil bei uns ist es 7 Uhr morgens. Und dann sehen wir uns. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. Re complementos. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020